Gut, Sie sind alle da. Wir haben die Nachricht analysiert. Sie stammt aus dem Clark County, zweifellos von einem Koslow-Partner. Wie steht's mit der Wartwürdigkeit? Glaubwürdigkeit? Der Laborbericht der sichergestellten Bombe zeigt nur Spuren von isotopischem Uran. Gerade genug für einen Nachweis, aber nicht genug für eine Explosion. Eine hochentwickelte Kopie. Will heißen, jemand, der für Koslow arbeitet, hat noch immer die Bombe. Das Labor versucht, Ihren Bombenentschärfer zu kontaktieren. Ist er bei Ihnen? Helgert ist hier. Gut, wir werden seine Magie brauchen, wenn sich rausstellt, dass es so übel ist wie... Halt. Was ist denn das? Sorry, bloß ein... ein Kamel. Eine Statue. Hören Sie, äh... Winters, ich weiß, heute Abend sollte eine Feier stattfinden. Aber wir sind in unserem Job immer auf Abruf, wie Sie wissen. Ich hoffe doch, Ihr Team hat verantwortungsvoll gefeiert und niemand hat übertrieben. Nein, Sir, wir alle eierten... feierten... verantwortungsvoll. Ich möchte nur wissen, ist Ihr Team wieder bereit einzusteigen? Nein. Sir... Bereit wie eine läufige Hündin? Genau das wollte ich hören. Sie sind am Zug. Sie haben ungefähr sieben Stunden. Finden Sie die Bombe.